Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Im heutigen Video möchte ich gerne eine Familien Ranch bauen. Und zwar nicht irgendeine, nein, ich würde gerne unsere Rainbow Ranch endlich erbauen. Was ist die Rainbow Ranch eigentlich? Falls ihr meinen Kanal jetzt erst entdeckt habt, auf meinem Kanal gibt es ein Ranch Adventure Let's Play. Ich verlinke euch die Playlist und die Videos unten in der Infobox. Falls ihr Bock auf ein Let's Play habt, was mit Pferden und mit so einer Ranch zu tun hat, kommt gerne vorbei, schaut euch die Videos an und lasst Liebe da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank dafür. Und für die beiden süßen Sims, die wir hier wohnen haben, die in diesem vorgefertigten Haus aktuell leben, für diese beiden Sims möchte ich gerne eine großartige Ranch bauen. Ich habe mir folgendes für dieses Video überlegt, ihr Lieben. Und zwar würde ich gerne im Speed Build den Umriss und die Außengestaltung von der Ranch vornehmen und danach gemeinsam, kommentiert, das Haus auch einrichten. Ich weiß nicht, wie viel Budget wir haben. Wir haben ja aktuell 56.619 Simoleons. Wenn ich dieses Haus hier noch verkaufe und diese einzelnen Items, die hier noch rumliegen, dann sollten wir auf genügend Budget kommen, um eine ganze Ranch zu bauen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Speed Build und wir sehen uns danach wieder, wenn wir gemeinsam das Haus einrichten. Bis später! Bis später! Bis zum nächsten Mal. 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 Ich guck Bis zum nächsten Mal. So, Bis zum nächsten Mal. Ich hab' Ich hab' fertig.